Wir starten heute die Caster-Erfolgsmomente. Eine Mix aus Print, Internet, Video und Event. Dieses Konzept ist die modernste Plattform zur Präsentation von Unternehmen. Die Caster-Erfolgsmomente werden weit über die Region hinaus sichtbar und auch wirksam. Damit stellen sie ein umfassendes Instrument dar für eine Image-Steigerung ihres Unternehmens und helfen auch dabei, Personal wie auch potenzielle Kunden zu finden. Und wer sucht die nicht? Caster setzt mit den Erfolgsmomenten Maßstäbe. Das Konzept kommt an. Bereits vor dem offiziellen Start haben einige Unternehmen ihre Buchung abgegeben. Ben Esbiter vom Planungsbüro Esbiter. Was hat Ihnen Ausschlag gegeben, eine Buchung für die Caster-Erfolgsmomente abzugeben? Die einmalige Gelegenheit, auf hohem Niveau mal ein Unternehmen präsentieren zu dürfen. Und das in Verbindung mit der Stadt Carst, der ich sehr verbunden bin. Ja, Ralf Schwertfeger vom Unternehmen ASE in Carst. Eins der Unternehmen, das man auch gar nicht so gut kannte. Aber das wollen wir doch ändern. Gibt es bisher in Carst für das Unternehmen Erfolgsmomente? Ja, wir haben für die Stadt Carst in vielen Objekten unsere Dienstleistung und Fachkompetenz schon unter Beweis stellen dürfen. Wirkt sich das auch überregional aus? Ja, würde ich sehr positiv bewerten. Wir haben das Olympiastadion mitbauen dürfen. Wir arbeiten viel für die Messe in Düsseldorf, etc. Ja, Frank Lange vom Nahkauf hier in Holzbüttgen, den kennt doch jeder. Ja, aber leider noch nicht alle. Was macht das Rezept des Erfolges hier am Standort Holzbüttgen aus? Teamgeist, Frische und große Auswahl. Es gibt so viel von Ihnen zu berichten. Dann lassen Sie es uns auch alle wissen. Erzählen auch Sie von dem Erfolg in Carst. Und genau hier setzt der Nutzen unseres Mediums an. Ich glaube, es ist sowohl in der Mitte, Und wenn alle esa Austinirla irgendwie wie mond acum,